Ladies and gentlemen, liebe Pelikaner, willkommen zurück zu Sniper Elite V2, hier euer Chidding, und der Rupert ist auch da, hier euer Rupert, genau, so ist es, wir sind jetzt beim Tiergarten, Flakturm, angelangt, den machen wir jetzt, wenn Rupert ready macht, und dann, hey, warum geht das nicht nochmal, na also, Ultimate Trolls, Ultimate Trolls. Warte mal, hab ich hier gerade einen Zivisi gesehen? Ne, okay. Okay, okay, wir müssen so spielen wie immer einfach. Okay. Genau. Warte, meine Pistol, meine M, meine hier, ne? Genau, nur der. Oh, Insel. Oh, das ist einer. Wieder einer, oder egal, ich geh jetzt mal Radio hören. Okay. Das sind zwei Russen. Einer sitzt, oh fuck. Einer steht am Fenster. Er sieht uns doch gleich. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, hast du ne leise Pistole oder ne laute? Hast du den riesigen Dildo oder hast du, ne, du hast nicht den riesigen Dildo. Okay, dann schalte ich beide schnell aus. Ja, das auch. Well done. That's how we roll. Ich glaube, wie mein Rücken aussieht, Alter. Was für ein Rücken? Meiner. Mit den Gans. Sieht so behindert aus. Das Dach ist undicht. So gut. Oh, hier duschen. Die Wehrmacht. Beschützer. Der. Vaterlands. Der Vaterlands. Ja, Tatsache. Oder des. Nein, das ist ein R. Nein, das ist ein R. Das ist 160. Flackwaffe. Schütze dein. Watt. Morder. Reich gegen die. Mörder vom Himmel. Aha. Okay. Okay, sorry. Das macht Sinn. Propaganda und so. Hier. Voll. Müll das Spiel, Mann. Warum ist das nicht erwartet? Oh, das ist irgendjemand. Irgendjemand wird ausgeschaltet. Voll cool. Ich bin dabei. Ich will mitmachen. Kann jemand da durchschwimmen? Ich sehe nichts. Ich höre nur, die werden angekloppt. Ach stimmt, die Russen greifen ja an, oder nicht? Die betteln sich da, ey. Das ist schon mal ein guter Job, weil... Ja, lass uns mal gucken, oder? Wie, schon vorbei? Ich weiß nicht. Wo müssen wir hin? Ich gehe hier hinten rum. Vielleicht finde ich hier irgendwas tolles. Oh, ammunition. Oh, du hast was gespottet. Nein, du hast den vorderen, nicht den hinteren. Ja, sag, was ich nicht weiß. Ja, den hinteren. Okay, gut. Okay. Oh, fuck. Oh, Mann. Bewegt dich doch nicht. Ist denn was? Ja. Wo sind die Gegners? Wo sind die Gegners? Ich glaube, der hat einen Brief Moment. Hängt der eine Typ bei dir auch so? Äh, nee. Okay, wir werden es auf jeden Fall in dem Video sehen. Sieht aus sehr, sehr nice aus. Der hat einen Brief Moment. Good shot! Good shot! Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Erster! Okay Voll daneben geschossen Was ist das für ein Scharfschütze, bitte? Push the button Nicht push the button? Okay, dann nicht Sorry, nur ihr pushbuttons Waren wir hier? Sind wir nicht von hier gekommen? Ne Ach ne, hier tropft das Dach nicht Sehr gut Sehr gut Ich weiß nicht, müssen wir jetzt noch tiefer Müssen wir Oder hier Müssen wir durcheinander laufen Was ist das für ein Symbol da? Das ist die andere Etage jetzt hier Ich kann nicht runtergehen, ich probiere es einfach mal Ja Okay, geht Ich war hier Hier kann ich gar nicht hin, ich soll nur den einen da ausschalten Okay Oh oh, ich brauche Hilfe Ich komme Kommt die da durch? Ich glaube da kommt euch einer I expect him Hier war doch gerade einer Boah Schön weggesnackt die Sau, alter Muss doch noch mehr geben oder nicht? Was ist eigentlich in den Festen, da ist bestimmt Bier drinnen Oder Wein Nein, Bier Feinde gesichtet Haben die jetzt uns gesichtet oder haben die die Russen gesichtet? Ne, die haben uns nicht gesichtet Das ist ja eine Scheibe, das ist ja ein Pui Wollen wir mal eigentlich durchschießen? Eigentlich habe ich seine Hand weggehauen Oh Oh Oh, ne Bottle Ja, der Dschungel ist ab Was du Boah, scheiße, maaann Geht halt gerade nach Oh, sind das viele Glühender Eifer, ich habe Eier gelesen Glühende Eier Glühende Eier Woher kommt denn einer? Der war so böse Okay, jetzt gehen wir wieder hoch Oder? Sieht ziemlich nach dem richtigen Weg aus Ja Allrighty Allrighty Ah, hier ist wieder mit Sound Okay Ich bin von da was Ja, da oben Normaler, die können jetzt alle auseinandernehmen Fuck! Fuck! Okay, jetzt habe ich ihn Nein Ist bei der Treppe einer? Bei meinem G ist einer Wo sind die Gegners? Wo sind die Gegners? Wo sind die Gegners? Wir schießen die Ich glaube, die Flasche Ah, ich weiß nicht Verwundet, lebt er noch? Mehr Dinge Also ich glaube nicht Fuck! Die Flasche war nice Well done Hier ist doch bestimmt ein Goldbar Ja, Mann Getting all the secret... Leute Drei Mal ins Knie geschossen Einfach Sicher das Gebiet Sicher das Gebiet Das habe ich vorher noch gar nicht gesehen Let's go, let's go Woah, guck mal, da oben die Flugzeuge Yuuuuh 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 GUT DOWN GUT DOWN Hehehe Done, done for Let's play Hey Hast du eine Geldbahn gefunden Ziel erreicht Links, rechts Finde den Weg EINEN Weg Aufs Dach Okay Das heißt, ich gehe davon aus, es gibt mehrere Aber nein Wir treffen uns in der Mitte wieder Hallo Oh, da redet jemand Da sind zwei Ich nehme links Geil Nee, lass doch Oh, da ist noch einer Oh, da ist noch einer Können wir, warte, können wir vielleicht Warte, können wir vielleicht Was willst du jetzt machen? Jaja, die sind nicht tot, ist klar Doch, die sind tot Was ist doch nicht die Schlossentscheidung? Was war eine Entscheidung? Was war eine Entscheidung? Was war eine Entscheidung? Was war eine Entscheidung? Achso Hast du damage? Nee, du Du Haha, das ist ja Du Dumm Kein Teame Attack An Oh fuck Der war no scope Okay, jetzt mach ich auch mal das dicke Ding hier Ich höre meine Tommy Gun Was wollt ihr denn? Telefon Tele- Hallo Telefon Wie klingelt's doch Echt? Hier ist ein Telefon Hallo Gasmasken, Telefone Alles da Gibt's hier eine Flasche oder so? Nein Vielleicht doch Aber Gerade Wir müssen immer noch einen Weg nach oben finden Ja, hier ist doch die Treppe Achso Haupttreppe Tatsache Was war das? Hm, was war das? Hm, was war das? 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 Fuck! Fuck! Gibt's auch einen Mieten-Move? Kann man die auch irgendwie schlagen? Ja, aber nur von hinten Kann die von vorne auch boxen, Alter? Ich wollte gerade Geronimo machen Das weiß ich nicht, ich höre Telefon Alter, wo ist das Telefon? Hier Ja, klar, das geht nicht kaputt Of course Fucking Telefon Wo müssen wir hin? Ich bin maximal Da oben Da oben Ah Ich bin nicht der Autotier Always to the door Ausgang, da steht so der Ausgang Always look on the bright side Boah, Alter, kein Wir müssen uns ans Flak setzen Ich glaube, wir müssen uns ans Flak setzen Ich bin links Man kann sich gar nicht ans Flak setzen Boah, ist gut, kann man von hier runter snipern Das wäre ja auch mal nice Aber irgendwie sind wir immer noch falsch, glaube ich Wir sind noch 73 Meter falsch Ach, wir müssen uns gar nicht hier Ach, wir müssen hier hochlaufen Haha Boah, der hängt da aber nice Boah, der hängt da aber nice Gold machen Yeah Always search for the gold Bangen of lives Kannst du BUSSARD Ich rasier deinen Helm Uhhh, ach du Scheiße Ich bin hier Ich bin hier Es sind ganz viele Bei mir auch Ich rasier jetzt alle Hahahaha Ich habe jeden Fall gegen die Flak gezogen Achso, du bist ja sogar da, Leute Bist du da hoch? Ja, ich bin da hinten Nice Ah ja, einfach weggesnackt Die Pisschen haben Squeezy bis jetzt Der hängt hier wundervoll Der hängt hier so nice, der Typ Lebt noch einer? Oh, ich will alle haben Ja, hier Boah, das geht sogar, oder? Was ist der BUSSARD denn? Entschuldigung Einer noch an der Flak Links Leeroooy Mach ihn Melee Wo ist er? I can see him Der ist an der Flak dran bestimmt Sonst würde er nicht schießen Schießt der? Achso, nee, wir können gar nicht an die Flak ran Ich weiß gar nicht wie die Achso, wobei Ich glaube die wird von unten operiert eigentlich Ach nein, hier sitzt einer Ha, wie geil Komm, wir gönnen uns den zusammen Achso, warte Guck, er chillt hier Kann ich da hoch? Nein Guck mal, er guckt uns Er guckt uns Er guckt uns sogar an Er sagt Jo, okay, mach Mit Spaß, Tabi Hab ihn Mit Spaß Aber da ist noch eine Flak Oh mein Gott, wir müssen das mal die Flak nicht erklären Hätte ich gar nicht da dran sitzen sehen Haha Ah Sieht ja genauso aus Nein, der sieht sogar anders anders Wow, die haben mal ein anderes Model benutzt Das hätte ich gar nicht gedacht Aber ich glaube das sollten wir sogar machen Jetzt müssen wir wieder nach unten laufen So sieht es aus Jetzt müssen wir einen Wind schrubben Was müssen wir? Wie nach unten Was sieht es aus? Oh, ein Goldmacher Ach hier unten Mäßig unten Missionsziele unten Und richtig Ich bin maximal verwirrt Ich bin maximal verwirrt Ich weiß nicht wo Weißt du noch, wo du eben grad den ersten gekillt hast an der Flak? Na komm da hin Ach so, den allerersten Mein allererster, ja? Ach genau den So ist es, nur so Das ist ja cool wenn man da hinten einen wegsnipen könnte, da ist der Hund in dem Gebäude irgendwie, man Das ist ja echt cool Wenn man die da hinten weghauen könnte Schön aus den Fenstern Ich mach ich den für all der Plüger Warte, ich muss suchen Da bin ich doch Es ist grau Irgendwie kann man ja nicht mehr rein Jetzt Ja warte doch, vielleicht sind hier Ach quatsch Ja genau das Gebäude meinte ich, das wollte ich wegsnacken Und den Peler da auch Den Müller, den missen wir doch jetzt Müssen wir den snacken, ja Es sind aber ganz schön viele Beseitig Müller, hast du schonmal, warte lass mal alle machen Müller ist da oben glaub ich Ich muss gucken ob er in dem Fenster irgendwo steht Ich seh nichts, so Müller ist der eine Und irgendwas Ich tag jetzt den Müller Ach der ist genau in der Kiste die Sau Was die Sau ist genau in der Kiste jetzt Schön das Auge mitgenommen Beautiful Boah As always Was geil ey Ach jetzt guck mal jetzt klingelt die Es klingelt Es klingelt Oh das ist echt das eine Hier muss man mit diesem Dings spielen eigentlich Mit diesem Upland halten Ey das ist echt ne superweite Entfernung Oh ich hab mich so mal getroffen Krass Boah ich hab mich so mal getroffen Krass Boah Das war echt krass Boah ey ich muss jetzt mal wieder klarkommen auf mein Leben Meiner muss auch erst mal wieder klarkommen Meiner chillt gar nicht Was muss ich eigentlich danach machen Was machen wir Duschen eigentlich nur noch raus kommen Wenn ich rauskomme Boah alter hat es halt genau den nombrewrack noch Uhhhh wie gut der war Uhhhh der letzte Leute Da ist schon Uhhhh Get ON MY LEVEL Wast das Was das Geen Ja, dann werden wir raus. Raus. Alter, wie kann eine Waffe so ungenau sein? Ich schicke das nicht. Nein, man kann die nicht von vorne das eine Melee machen. Scheiße. Nicht? Das ist das probiert. Hier nicht. Wo ist immer noch Ausgang? Ja, das ist so. Okay, anderer Ausgang. Oh, hier ist ja eine Treppe. Komm doch mal zu mir. Ich bin noch da. Ich weiß doch, wo es lang geht. Oh my goodness. Oh my damn. Das ist nix. Maximale Verwirrung. Boah, das sah richtig geil aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war richtig wie ein Battle-Beer. Das war super nice. Das sah echt cool aus. Oh, ich darfst natürlich nachladen. Die machen einfach... Oh my god. Oh my god. Oh my god. Aua. Oh my god. Aua. 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 Mein Herz. Alter. Vor allem, er bindet dir die Schuhe und belebt dich wieder, alter. Bester Mann. Hahaha. Bester Mann, einfach. Mann, das an die Täter auch. Ich verbinde dir auch deine Schuhe und dann geht's dir wieder gut. Naja. Dann kannst du wieder laufen. Okay. Sucht weiter. Oh my god, komm hoch! Eiskalt. Boom, boom. Unten ist einer gelaufen. Unten rechts. Das kriegst du jetzt hier für deine Granate. Für Pisser. Wohin da. Aber wir haben es geschafft. Ich habe es geschafft. Oh mein Gott, wir haben ihn assassinated. Tada. Und du bist auf einmal weg. Ja. Das war klar. Weil du eine Glatze hast. Kein Herz verglatzt. Wow. Richtig gut, Alter. Sogar zwei von drei Flaschen, ey. Ey, krass. Wie schlecht. Heftig. Vier von zehn Goldbarren. Wir werden immer besser, mal. Alter, aber mein Score ist ja recht miserabel, ey. Hast du eine Ahnung? Keine Ahnung. Vor allem oben auf dem Flak, glaube ich. Da habe ich die meisten gekillt. Ach, keine Ahnung. Ich schieß einfach. Ja, genau. Du bist ja eh immer mit der... Mit der... Mit deiner MP dabei da. Mit deiner... Ach so, ja klar. Ich geh einfach rein. Die bringen halt weniger Punkte, deswegen. Jetzt ist es mir egal. Ich geh einfach rein. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine übergeilen Pelikaner. Danke. Wir... Sehen uns bei der nächsten Mission wieder. Genau. Haut rein. Schau, ich bin draußen.